Am 1. Flieger, am 27. Mai, stehen wir hier und feiern den Aufstieg im Malte. Die fantastische Mannschaft, die fantastischen Fans. Die fantastische Mannschaft, die wir hier und feiern den Aufstieg im Malte. Die fantastische Mannschaft, die wir hier und feiern den Aufstieg im Malte. Das gucken, ist schon ein etwas älteres Spiel, spielt Fabian auch gerne. Und noch nebenbei, ich bin krank und bin auch heute zu Hause gewesen, weil ich habe eine Angina, genauso ich saß. Reden geht mittlerweile eigentlich wieder und ich wollte unbedingt schon dieses Video seit Wochen aufnehmen. Aber so mit Schlucken und so ist es noch relativ schwer. Ich habe noch relativ viel Halsschmerzen, aber darum soll es auch heute überhaupt nicht gehen. Das Spiel, was wir heute neu anfangen werden, heißt Fußballmanager 2018. Ihr seht jetzt hier auch schon das Menü. Das ist einfach ein Fußballmanager, wo man seine Mannschaft nicht spielen kann, aber einfach von Präsidium bis zum Trainer hin organisieren kann. Man kann sich Sponsoring-Teilnahmen holen und das Spiel gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Aber der liebe Fabian hat ihn halt ausgeliehen, dafür dass ich das aufnehmen kann. Wir sehen jetzt hier einfach Standardmodus mit Entlassungen und Spielen. Ich besitze nicht den Verein, ich will kein Präsident sein. So, kommen wir zur Datenbank. Ich nehme die Datenbank aus dem Editor, den ich da reingeladen habe, weil es ist ein Spiel. Also der grundlegende Spiel ist der Fußballmanager 2014. Es gibt vom eigenen FIFA, aber das ist der gleiche Hersteller wie FIFA, EA Sports. Seit 2014 kein neues Game mehr, aber es haben sich Leute, die darauf Bock hatten, einfach selbst hingesetzt und haben im Internet eine neue Datenbank hochgeladen. Zu den aktuellen Kadern heißt, warum ich diese Spiel spiele, es gibt Energie Cottbus, wir fangen unten an in der 4. Liga und wollen uns immer höher steigen. Das sind aber noch die Kader aus dem Jahr 2018. Deswegen, es gibt leider die noch nicht von der 2019, aber ich will die noch eben durchhasseln hier. Und das Spiel ist halt wirklich nur was für Taktik-Füchse, würde ich einfach so von vornherein sagen. Und auch nicht für jeden wahrscheinlich interessant, sondern nur für die ganzen Leute, die das auch interessiert. Von daher, das wird auch einige Folgen gehen. Das wird auch sehr, sehr lange gehen, wie schon gesagt. Aber ich hoffe, ihr habt natürlich dann daran Spaß, das wird so jeden Samstag oder so kommen. Ist mir jetzt gerade einfach für ursprünglich mal eingefallen, dass ich das dann nochmal machen wollte. Wir gehen jetzt nochmal auf Deutschland, Regionalliga Nord-Ost und nehmen hier den Club Energie Cottbus, gehen dann weiter, nehmen keine Nationalmannschaft, irgendwann kommen dann die Angebote rein. Und hier sehen wir jetzt schon mal die Spieler und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei dem nächsten Cut. So, wir haben uns auch für den DFB-Pokal beworben sozusagen. Ihr seht uns dort, ich mach's aber mal schnell und wir müssen ran. Gegen RB Leipzig, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Los. Ich denke mal, das Dörner in der Freundschaft wird dann ausverkauft sein. Hier muss man dann auch immer damit spielen, dass man so mit den ganzen Spielern immer redet, damit die Form oben bleibt. Und es geht dann immer abwärts, wenn der Spieler demotiviert ist, zum Beispiel lange keine Tore mehr schießt. Und das finde ich halt ganz gut, weil man hier immer auf Taktik spielen muss. Und ich würde sagen, hier gehen wir mal auf Runde 2, Lego-Angebote. Jetzt kommen diese Hauptnachrichten, erstmal wird das Spiel sozusagen gespeichert in Sekna. Hier sehen wir erstmal den Hauptscreen unten links, wenn es dann mit diesem News-Center. Dann haben wir hier den Kalender, wo wir halt verschiedene Sachen eintragen können. Erste Mannschaft, sehen wir dann hier die Mannschaft, auch die realen Spieler. Dann hier unten noch restliche Sachen, die machen wir, glaube ich, während der Serie, erklärt ihr euch näher. Hier oben halt Transfers, Verein, Infrastruktur und so weiter. Die Sterne zeigen das Talent, also wie viel das noch gestärkt werden kann. Drei Sterne sind schon ganz ordentlich. Den Rest würde ich erstmal aus der A-Jugend rausholen, also weghauen. Sehen wir bei uns, alle haben so zwei Sterne, außer Viteretti, der hat drei, aber erst zwei davon erfüllt. Also hat er noch ein Potenzial nach oben. Hier sehen wir dann die Ratings, die Stärken. Auf jeder Position anders, du kannst zum Beispiel keinen, sagen wir mal, Mittelfeldspieler da hinstellen. Er hat einen 34, das finde ich auch ganz gut, in FIFA ändert sich das ja nicht. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt hier einfach mal rein. Und zwar im Kalender zuallererst mal müssen wir nochmal was machen für die Presse. Und zwar machen wir mal hier eine Saisoneröffnung, eine offizielle, kostet ein bisschen was an Geld. Man bringt aber auch wieder Geld ein. Ich würde sagen, ich suche jetzt mal die ganzen Testspiele raus und ich würde sagen, bis gleich. So Leute, willkommen heute hier back. Ich habe erstmal ein paar Termine eingetragen und zwar, wie gesagt, die Saisoneröffnung direkt morgen, sozusagen von uns ausgesehen. Dann ein Kurztrainingslager, dann ein Testspiel gegen unsere A-Jugend, dann ein Testspiel gegen einen sehr, sehr starken Gegner Leipzig, damit wir schon mal so eine kleine Vorfreude auf den Pokal bekommen. Hier einen Laktat-Test, dann ein Testspiel gegen Rödinghausen, auch viertliges. Dann noch eins gegen Berliner AK. Insgesamt sehr, sehr wenige. Hier könnte man eigentlich noch eins reinnehmen, müsste ich sagen. Vielleicht hier noch irgendwie so eins. Ja, Arminia Biefeldt ist ein ganz guter Gegner. Hier geben wir nochmal Essen. Da haben wir nochmal eine Autogrammstunde und dann würde ich sagen, das reicht auch erstmal. Gucken wir uns hier mal die erste Mannschaft an. Ich ändere erstmal so alles so auf meine Begebenheiten, so wie ich das halt machen würde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder. So Leute, ich bin jetzt hier zurück im normalen Hauptbildschirm. Ich habe meine Sachen gemacht und zwar habe ich meine Aufstellung gemacht, wie ich es auch gerade schon gesehen habe. Ist noch relativ schlecht vom Rating her, aber ich denke mal, das können wir alles noch machen. Ich habe auch schon mal Vereine so, ähm, ich muss noch einen Appell an die Fans machen, dass sie zum nächsten Spiel kommen. Das darf man aber nicht zu oft machen. Dann sieht man hier schon, wer ist das? Steven Noack. Hier bei der Mitarbeiterprogrammite muss man auch mal gucken. Ich will natürlich alle Aufgaben übernehmen, soweit es geht. Legt Trainingsgruppen fest. Das kann man zum Beispiel dem anderen Trainer überlassen. Er stellt Trainingsplan genauso, den anderen Trainer ändert. Einsetzen sagt, die das mal natürlich verschiebt. Spieler zwischen erster und zweiter Mannschaft, das mache natürlich auch ich. So, Merchandising. Stutzen würde ich in dem Moment noch nicht entwickeln. Der andere geht gerade ganz gut. Heimtrikot wird ganz gut verkauft. Auswärtstrikot würde ich vielleicht auch später mal aufnehmen, wenn man so dritte Liga ist. Sponsoring habe ich mir gerade schon Volkswagen geklärt, die auf dem Trikot-Ding sein werden. Bandenwerbung, wenn dann hier noch welche eingeblendet werden. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, wir werden Pokalsieger. Werden wir nicht, das sage ich nicht, weil wir aus einem ganz einfachen Grund. Ich fliege jede Runde im Pokal raus. Nicht im DFB-Pokal, sondern im Landespokal. Ich weiß auch noch nicht, was da der Fluch ist. Wir werden diese Saison aufsteigen, das sage ich schon. Wir werden unsere Saisonziele erreichen. Werden nicht fit, ist das Spiel nicht, wer schlecht spielt, ist draußen. Wenn die Leistung nicht stimmt, werden die Prämien eingefroben. Wir werden viel rotieren, ich fordere Disziplin. Wir werden eine Tollstimmung in der Mannschaft haben und ich werde verstärkt auf die Jugend setzen. Wir werden die Stadion ausbauen. Ich gehe nicht an die Börse, ich werde dem Verein treu bleiben, mir gern was, egal, passt. Und wir werden alles so ein bisschen verbessern. Und ich würde sagen, los geht's mit der Saison gegen die A-Jugend. Ist das erste, glaube ich, was passiert jetzt hier? Wo liegt seine, sein Marktwert liegt bei 27.000. Forder ich einfach mal 37.000 Forderungen stellen. Ja, Spieler kaufen bin ich immer noch nicht so in der ersten Saison. Ich will erst mal mit dem Team gucken, so was schaffen wir damit, was schaffen wir damit nicht. Das ist immer so ein bisschen die Sache, weil ich kann mit so viel Geld oder mit so wenig Geld eher gesagt nicht viel machen. Habe ich auch immer so gesehen, höchstens so ein, zwei bis drei Leinen. Mehr aber auch nicht. Mit denen können wir uns nicht. Neue Sponsoren angeboten. Eine Sponsoren-Pyramide. Eins und eins möchte rein. Da verhandeln wir mal und unterschreiben das auch direkt. Umso mehr Geld, umso besser. Genau, unsere Fitness ist auch ganz, ganz schlecht da unten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir stellen gleich einen Fitnesstrainer ein. Das macht man wie folgt. Man geht zum Training und hier unten steht Fitness-Experte. Und für ein bisschen viel Geld, aber egal. Den brauchen wir nämlich auf jeden Fall. So, gegen die A-Jugend sind circa 900 Zuschauer da. Wir kämpfen heute um jeden Ball. Man sieht das hier Text für Text. Man kann das ja nicht verschnellern. Ich denke mal, dieses Spiel einfach komplette Geschwindigkeit. 1-0 für uns, 2-0 für uns. Läuft doch schon mal ganz gut. Vitaretti mit einer gelben Karte. Das ist halt eher so ein taktikgeprägtes Spiel und nicht so, man sagt so, yo, ich trick's jetzt hier rum oder so. Ist halt nicht so wie FIFA. Das ist halt eine ganz andere Richtung, aber halt auch Fußball. Und ja, lassen wir den Assistenten mal mit dem sprechen. Halbzeit ansprachen. Lass uns genauso weitermachen. Dann füllt sich alles zusammen. So, Spielerwechsel. Sind alle fast durchlaufen. André Stacev kommt da nochmal rein für Baude. Eigentlich alles eine ganz gute Mannschaft. Muss man ganz ehrlich sagen. Also an sich haben wir eigentlich schon die Vierte Liga. Ein echt gutes Team. 3-0 geht das Spiel aus. Ich bin damit relativ zufrieden. Gegen die A-Jugend sollte man auch nicht zu tiefe Ziele setzen, weil das ist natürlich keine wirkliche Herausforderung an der Gegner. So, also wer mir das Spiel hier gefällt, kann auf jeden Fall mal einen Like da lassen. Ich werde nur eine, ich werde nur versuchen so, vielleicht bis zur zweiten Liga, wenn wir aufsteigen sollten, das alles zu filmen, beziehungsweise halt zu machen und dann den Rest vielleicht zu streamen. Das wäre vielleicht nochmal ganz gut. So, noch 13 Sekunden, weil es sind noch 19 Tage zu simulieren. Oh, beim Spiel gegen Leipzig haben wir 0-2 nur verloren, das ist gar nicht mal schlecht. Ach, der wollte uns jetzt bis zum kompletten Ende rausmachen. Ah, der wollte uns bis zum kompletten Ende, bis zum komplett nächsten Liga-Spiel. So, hier ist der Laktat-Test. Zum Glück diesmal kein Sound, aber der ist so schlimm. Die haben alle sehr, sehr gut gemacht. Plus 10. Jetzt stellen wir nämlich mal gleich ein bisschen um fürs nächste Spiel gegen Rödinghausen, weil ich will nicht immer die AF spielen lassen, dass die dann im ersten Spieltag direkt so schlecht aufgestellt sind. Und dann würde ich sagen, starten wir das Spiel. Man muss auch immer so gucken, wie die Form von den jeweiligen Spielern so ist. 1 zu 3. Gut, das ist natürlich nicht gelaufen, wie ich das möchte. Gut, wir spielen aber auch nicht mit AF. Ich bringe jetzt einfach mal alle guten Spieler, sage ich mal, rein. Und jetzt fordere ich auch mal vollen Angriff. Die ganzen Spiele lassen natürlich nicht so schnell durch simulieren, die echten. Nur jetzt hier diese Freundschaftsspiele, wo ich einfach mal wissen will, wie unsere Mannschaft so im Stand ist. Benjamin Förster kriegt die gelbe Karte. Ich würde sagen, wir simulieren es einfach mal durch. Oh, starke Mannschaft. Jetzt müssen wir mit dem Spiel da weniger spielen, weil ich bin so doof und habe alles schon ausgewechselt. Gut, 1 zu 2 zu 3. Wir verlieren das Spiel am Endeffekt auch mit einem weniger gespielt. Ist mir jetzt auch scheißegal soweit. Ich möchte jetzt einfach diese Vorphase jetzt durchbringen einfach. Und ich hoffe mal, dass der Freitag nicht so lange ausfällt. 6 Tage ist zum Glück nicht so schwerwiegend. Ich simuliere jetzt einfach bis zum Liga-Start. Und da gucke ich mal, was da so alles bei rausgekommen ist. Und ich muss halt auch mehr mit den Spielern drehen. Das mache ich jetzt aber in dieser Vorphase noch nicht. Weil mir das nicht so wichtig ist in der Vorphase. Später wird das alles noch detaillierter in den ganzen Videos. Weil ich da halt in jedem Spiel wirklich taktisch vorangehe. Und ich versuche halt wirklich die Saison gut vorbeizubringen. Es kann auch schon sein, dass ich nach der Saison sage, ich streame das nur noch. So, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie wir gegen die restlichen Mannschaften gespielt haben. Aber mein Hals fängt langsam an zu streiken. Wir haben 4-0 gewonnen gegen Berliner AK. Wancher-Spiel gegen Mechtersheim. Sie haben auch 3-1 gewonnen. Essen gehen ist anscheinend gut angekommen. Und nur 1-2 verloren gegen die DSC-Arminia Bielefeld gegen zwei Liga-Höheren. Ist auch ganz gut. Mein Matavila ist wieder fit. Also Grammstunde ist gut angekommen. Paolo Dimitro ist verletzt für zwei Wochen. Auch nicht so schlimm. Griechisches Essen. Ereignisloses Essen. Nicht so gut eigentlich, aber auch nicht so schlimm. Fällt aus für fünf Tage. Freitag ist wieder fit. Also wir gehen mit den besten Voraussetzungen eigentlich rein in die erste Mannschaft. Ich würde einfach sagen, haut rein. Wenn euch dieses Format gefällt, gebt doch einen Like nach oben da. Ich würde einfach sagen, haut rein. Guckt auf jeden Fall auch bei Fabian vorbei. Der macht solche Folgen auch. Und ich würde einfach sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.